Hey Leute, heute ist der Tag, endlich ist das 50 Cent Konzert. Ich bin jetzt hier noch in Lioben in der Steiermark, mache mich jetzt aber gleich auf den Weg nach Wien, wo ich dann den Sieger vom Gewinnspiel treffe, den Niklas Wagner und dann werden wir noch eine kleine Klaiessen, ein bisschen was trinken, ein bisschen vorglühen für die große Party dann in der Stadthalle und ja, ich nehme euch ein bisschen auf den Weg mit. Wir sind jetzt in Wien und gleich wird sich getroffen mit dem Gewinner. Wir sind schon in der Nähe der Stadthalle und freue mich jetzt, wenn er die Tickets endlich in der Hand halten kann. Also wir sind jetzt vor der Stadthalle und gehen jetzt gleich zum 50 Cent Konzert. Ich bin schon mit dem Gewinner vom Gewinnspiel, Niko. Er hat schon die Karte in der Hand und freut sich mega. Niko, sag noch schnell, wie bist du zu dieser Karte gekommen? Ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht und glücklicherweise gewonnen. Sehr nice. Ihr seht gleich mehr von Ihnen. Musik Jetzt Willkommen im Kopf, was confused, my momma kissin' me Confused, see the crush comin' up in the corner Daddy in the front probably up to me My favorite rapper, she can't take out my better I won't live good, so she's now settled I'm cold, drinking break, one of the guns Is not me a profession, it's six feet I'm gonna go through panic Every little number, the dogs on top I'm gon' shout, homie, and tell my heart's gnarled They envy me, I'm rap, 75, 90 Now I ain't knowin' no way to see what you do Das war's für heute. Das war's für heute. Vom 50 Cent Konzert zurück. Dico, wie war's? Wie hat's dir gefallen? Geisteskrank. Folgt ihm alle auf Instagram hin. Es war wirklich gestörte Stimmung auf dem 50 Cent Konzert. Und jetzt gehen wir noch ins VIP. Gestern war es echt geil beim 50 Cent Konzert. Sehr cool mit dem Gewinn auch, mit Nico. Ein richtig netter Mensch. Macht Lust auf mehr solche Gewinnspiele. Liked auch diesen Vlog. Bis bald, euer Swiss Franks.